Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Podcast über Europa und Italien, Österreich und Südtirol. Herbert Dorfmann ist Europaabgeordneter der Südtiroler Volkspartei. Er gehört der italienischen Delegation seiner Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei an und er ist gleichzeitig auch Mitglied der ÖVP-Gruppe in Straßburg und Brüssel. Den italienischen Rechtsaußen Matteo Salvini kennt Dorfmann von seiner zehnjährigen Tätigkeit als Europaabgeordneter, die ihn wenig beeindruckt hat. Die FPÖ ist im Europaparlament mit Salvini in einer rechtsextremen Fraktion verbunden. Bei den Regionalwahlen in Südtirol letztes Jahr haben die FPÖ-Verbündeten möglicherweise auch deshalb eine krachende Niederlage erlitten. Die Lega Salvinis ist jetzt trotzdem in der Südtiroler Landesregierung vertreten, weil die Rechtsaußenpartei im italienischsprachigen Bevölkerungsteil Südtirols so gut abgeschnitten hat. Eine komplizierte Situation, die zu einem speziellen, weil nicht automatisch national gefärbten Blick auf Europa führt. Ich habe am Beginn unseres Gesprächs den EU-Abgeordneten Herbert Dorfmann gefragt, welchen Unterschied es für seinen Europawahlkampf macht, dass in Italien der rabiate EU-Feind Salvini der einflussreichste Politiker ist. Der Wahlkreis, in dem ich antrete, ist ja sehr groß. Das ist de facto ganz Nordostitalien, selbstverständlich schon mit einer starken Konzentration auf Südtirol. Und da muss man halt sagen, Südtirol hat eine ganz besondere Situation, zumindest die deutsche und ladinischsprachige Bevölkerung. Die ist im Grundsatz sehr europafreundlich, einfach aufgrund der historischen Situationen in Südtirol. Der Großteil der Südtiroler hat in der Pestion, in der Grenzöffnung, in der Öffnung nach Norden, nach Österreich, nach Deutschland, eigentlich immer eine Chance für das Land Südtirol gesehen. Und diese Stimmung ist auch nach wie vor da. Im restlichen Wahlkreis ist die Salvini-Stimmung und diese populistische Stimmung selbstverständlich da. Und da wird es zunehmend schwieriger, einfach mit einem konstruktiven, pro-europäischen Kurs auch zu punkten. Da sind leider derzeit die Schreier und die Populisten sehr, sehr laut. Die Südtiroler Volkspartei hat eine Koalition, führt die Landesregierung mit einer Koalition, ist eine Koalition eingegangen mit der Lega, mit der Partei des Salvini. Warum eigentlich? Ich glaube, da muss man sich ein bisschen den Geist des Südtiroler Autonomistatuts anschauen. Und weil in einem normalen Parlament oder im normalen Landtag geht es ja einfach um die Frage, wie erreiche ich eine Mehrheit. Die Südtiroler Volkspartei hat 15 von 35 Abgeordneten, braucht also zumindest drei Abgeordnete, um zu einer Mehrheit zu kommen. In Südtirol ist es einerseits so, dass es eine Vertretung der Sprachgruppen braucht. Also insofern müssen wir eine Koalition mit Vertretern der italienischen Sprachgruppe eingehen. Aber ich sehe, dass, ich glaube, der Geist des Autonomistatuts ist schon ein bisschen auch ein anderer. Es geht nicht nur darum, eine Mehrheit zu beschaffen, sondern das Autonomistatut sagt, dass die Vertreter der deutschsprachigen, und da ist die Südtiroler Volkspartei bei Weitem die stärkste Partei, mit den Vertretern der italienischsprachigen Bevölkerung eine Regierung bilden muss, die das Interesse der drei Sprachgruppen in Südtirol abbildet. Und da nehmen wir zur Kenntnis, dass von den acht italienischsprachigen Abgeordneten im Südtiroler Landtag vier von der Lega sind. Die Hälfte der Italiener haben also Lega gewählt. Und deswegen denke ich, ob es uns gefällt oder nicht, und es gefällt vielen nicht, aber ob es uns gefällt oder nicht, wir haben eigentlich die Aufgabe, mit der demokratisch gewählten Vertretung der italienischen Sprachgruppe zusammenzuarbeiten. Es hat eine lange Diskussion gegeben in Südtirol, ob die SVP, die eher eine Mitte-Links-Allianz bisher geführt hat, mit den Sozialdemokraten, dem Partito Democratico, wirklich diesen Schwenk machen soll. Warum hat man sich nicht entschieden, mit den Grünen oder den Sozialdemokraten eine Koalition zu machen? Weil das eben die genau andere Konstellation gewesen wäre. Da hätte man dann einen Vertreter einer italienischsprachigen Partei, den Partito Democratico, hereingeholt und zur Mehrheitsbeschaffung die Grünen, die drei Abgeordnete haben, wo zufällig einer noch Italiener ist. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Wähler der Grünen in Südtirol sind deutschsprachig. Der eine Abgeordnete von Partito Democratico hat 10.000 Stimmen, aber Partito Democratico hat 10.000 Stimmen bei der Wahl erhalten. Wenn man das jetzt ganz brutal sieht, muss man sagen, die Vertretung der Italiener in der Regierung wäre also gegeben von jemand, der 10.000 Stimmen von 100.000 Italienischsprachigen Stimmen bekommen hat. Das ist, glaube ich, einfach demokratisch nicht vertretbar. Und man muss sich dann auch immer die Frage stellen, wie hätte die italienische Sprachgruppe darauf reagiert. Wir haben ja, glaube ich, im Geist der Zusammenarbeit in Südtirol, es ist ja nicht so, dass die SVP jetzt einfach sagen kann, was wohl läuft. Wenn die Hälfte der Italiener Läger gewählt haben und die SVP hätte sich irgendeine Konstellation ausgesucht, die aber nichts mehr mit der Vertretung des italienischen Wählerwillens zu tun haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Italiener nachher sagen, das hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Das wäre für das Land auch nicht gut. Ist es jetzt so, dass der Innenminister Salvini mitregiert in Südtirol? Es gibt einen Senator, den Senator Calderoni, der sich da im Namen des Salvini auch sehr engagiert in der Südtiroler Politik. Ist das jetzt eine Art Rechtsruck in der Südtiroler Politik? Das werden die nächsten Jahre zeigen. Ich glaube auch nicht, dass Matteo Salvini jetzt ein unbedingt großes Interesse hat, den Südtirol, sozusagen die Südtiroler Regierung zu beeinflussen. Der hat hoffentlich anderes zu tun. Ich muss auch sagen, bei den großen Themen, die uns dann von Matteo Salvini trennen, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt Südtiroler Innenpolitik sozusagen. Wir haben zum Beispiel jetzt in Hinsicht der Europapolitik sehr bewusst, dass die Südtiroler Volkspartei gesagt hat, da werden wir keine Allianz mit Läger eingehen. Das ist nämlich nicht unsere, die Europapolitik der Läger. Das ist nicht unsere Europapolitik, es sind zwei unterschiedliche Welten. Sonst darf man nicht vergessen, dass die Läger grundsätzlich schon eine föderal denkende Kraft ist. Das heißt, wenn es um die Südtiroler Autonomie geht, um ein föderales Denken in Italien geht, dann ist man ja, haben wir mit der Läger wahrscheinlich mehr gemeinsame Punkte als mit vielen anderen Parteien in Italien. Also da tun wir uns dann ja nicht schwer. Aber ich denke, das werden jetzt einfach die nächsten Jahre auch zeigen, wie weit die Abgeordnete, die Landesräte, die jetzt von der Läger in dieser Regierung sitzen, wie weit die dann auch beeinflusst sind von nationalem Denken. Man muss dazu auch sagen, wir sind ja verbunden in einer Region mit dem Nachbarland Trentino, wo die Region jetzt eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Aber doch, es braucht eine Regionalregierung. In der Trentino gibt es inzwischen eine Lägerregierung. Auch hier wäre es sehr schwierig gewesen, wenn jetzt Südtirol eine vollkommen andere Konstellation hätte als das Trentino. Dann hätte man de facto wahrscheinlich sehr schwer eine Regionalregierung auf die Beine stellen können. Wie geht es denn den Freiheitlichen in Südtirol, die unterstützt werden von der FPÖ und gleichzeitig FPÖ-Chef Stache ist ganz stolz auf seine tollen Beziehungen zu Salvini. Gibt es da eher Gegensätze in Südtirol? Man kann sich das ein bisschen schwer vorstellen. Eine Verbindung zwischen italienischen Nationalisten und deutschen Nationalisten. Wie schaut das aus? Ja, da waren die letzten Landtagswahlen ja sehr, sehr interessant. Das Wählerverhalten der deutsch- und italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol ist eigentlich total Richtung Zentrum gegangen. Die Freiheitlichen haben ja ein katastrophales Wahlergebnis eingefahren, sind von sechs auf zwei Abgeordnete abgerutscht. Das hat jetzt sicher nicht nur mit politischen Inhalten zu tun, das hat auch mit innerparteilichen Schwierigkeiten in der Partei der Freiheitlichen selber zu tun. Aber auch die Südtiroler Freiheit, die ja immer für ein strammes rechtes Denken auch gestanden ist und steht und wo eigentlich viele geglaubt hätten, dass sie zumindest nicht abnehmen, sondern leicht zunehmen, auch die haben einen Abgeordneten verloren. Also die deutschsprachige Bevölkerung ist eigentlich diesem populistischen Geschrei von rechts überhaupt nicht gefolgt, sondern ist Richtung Mitte gewandert. Bei der italienischsprachigen Bevölkerung ist genau das Gegenteil passiert. Dort die italienischsprachige Bevölkerung ist von der Mitte, von Mitte links auch hinübergewandert zur rechten Läger. Eine große Initiative der Bundesregierung in Richtung Südtirol hat sich auf den Pass bezogen. Die Regierung möchte einen Doppelpass für Südtiroler, Südtiroler, also Südtiroler, deutschsprachige Südtiroler und ladinische Südtiroler auch österreichischen Pass, neben dem italienischen, bekommen können, hat das, hat offensichtlich den Freiheitlichen in Südtirol nicht genützt. Wie ist da der Stand? Also es hat ihn ganz sicher nicht genützt. Auch der Vizekanzler Strache hat ja einen Auftritt in Südtirol gehabt im Wahlkampf, wo er den Doppelpass für die deutschen und ladinischsprachigen Südtiroler sehr angepriesen hat. Jetzt ist es ja bei Wahlen immer schwierig zu sagen, welches Thema hat funktioniert und welches hat nicht funktioniert. Aber man muss schon sagen, also die Südtiroler Freiheit und die Freiheitlichen haben sich im Wahlkampf diesen Doppelpass ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Sie haben beide eine ordentliche Watsche bekommen. Und ich würde mal sagen, seit den Landtagswahlen ist es um den Doppelpass in Südtirol sehr, sehr still geworden. Kann man das irgendwie ermessen, wie viel Südtiroler überhaupt Interesse hätten an einem Doppelpass, also an einem österreichischen Pass? Sie zum Beispiel, Sie sind italienischer Staatsbürger, italienischer EU-Abgeordneter, sind gleichzeitig verbunden mit der Delegation der ÖVP. Haben Sie ein Interesse an einem österreichischen Pass? Also ich glaube, es gibt keine Zahlen, wie viele Menschen Interesse hatten. Ich glaube, es gibt keine entsprechenden Umfragen. Wenn man mir einen österreichischen Pass anbieten würde, würde ich ihn nehmen. Aber ich denke, es ist für den Großteil der Südtirolerinnen und Südtirol kein primäres Thema. Salvini, kommen wir zurück zu Salvini. Sie kennen Salvini, er war jahrelang auch Europaabgeordneter, was viele nicht wissen. Wie hat er sich eigentlich als Europaabgeordneter positioniert? War da schon sichtbar, dass er ein Politiker ist, der Europa und die Europäische Union als Feindbild aufbaut, um ihn politisch zu realisieren? Ja, er war ja immer schon ein Vertreter einer harten Linie, auch innerhalb der Läger. Er hat schon in seiner Politik in Brüssel und in Straßburg auch immer eine sehr dezidierte europakritische Linie gefahren. Ich muss auch sagen, allzu viel habe ich ihn weder in Brüssel noch in Straßburg gesehen. Das war, glaube ich, nie sein, es war eher der Mittelpunkt seines Einkommens als seiner Tätigkeit. Ich wundere mich auch manchmal, wenn er jetzt herumläuft und sagt, er möchte jetzt ein neues Europa konstruieren, gemeinsam mit Frau Le Pen. Beide waren zehn Jahre im Europäischen Parlament. Wieso haben sie die Chance in diesen zehn Jahren nicht genutzt, irgendwas Konstruktives dann zu machen? Ich glaube, hinter dieser Aussage, die er und manche andere von seiner Parteienfamilie hat, zu sagen, wir wollen eigentlich ein anderes Europa konstruieren, das hinter dieser Idee, die ganz einfache Position steckt, wir wollen das heutige Europa zerstören und zurückbauen zu einem Europa der Staaten und der Nationalstaaten. Und das war sicher auch Teil seiner Politik, die er bisher in Brüssel oder in seinen fast zehn Jahren, also neun Jahren in Brüssel gemacht hat. Wie sehen Sie Salvini? Ist für Sie Salvini ein Zerstörer Europas? Es gibt in Italien nicht wenige, die sagen, er ist irgendwie der Mussolini unserer Zeit, nur ein bisschen weniger gebildet als Mussolini das war. Also so würde ich das nicht sehen. Ich glaube, dass Matteo Salvini jemand ist, der ein unheimliches Gefühl für das hat, was die Menschen hören wollen. Er ist ein exzellenter Kommunikator, das hat er über die Zeit immer gemacht, nicht nur durch das, was er sagt, sondern auch wie er auftritt. Er hat ja jahrelang in Italien auch durch sein Outfit, durch seine Pullover mit Schriften drauf und so weiter. Und auch jetzt noch in seiner politischen Rolle als Innenminister spielt er, kokettiert er ja auch immer wieder mit dieser Position, in der man zum Beispiel in der Polizeiuniform auftritt. Er ist also ein wirklich großer Meister der Kommunikation und hat ein unheimlich gutes Gefühl dafür, was Menschen hören wollen. Und hat sich dadurch auch sehr viel Zustimmung in Italien geholt, in seiner politischen Aktion nämlich. Also in dem, was ist jetzt wirklich passiert, muss man sagen. Okay, eine großzügige Renteneform, welche die jungen Menschen bezahlt werden. Die kostet 40 Milliarden Euro, wo logischerweise viele Menschen jetzt in Rente gehen, die nicht einmal 60 Jahre alt sind. Muss man sich die Frage stellen, okay, ist das zukunftsfähig? Und eine sehr harte Position in der Einwanderungsfrage, die vielen Menschen in Italien gefällt, weil man hier einfach auch sagen muss, die Vorgängerregierung hat hier sehr vieles einfach auch schleifen lassen. Und die Menschen waren einfach mit der Einwanderungspolitik der Vergangenheit, sowohl der europäischen, aber auch der italienischen Einwanderungspolitik, nicht mehr einverstanden. Und das nutzt er elegant aus. Salvini ist jemand, der operiert immer mit Außenfeinden. Also Außenfeind Brüssel, Außenfeind Macron, Frankreich und Außenfeind die Migranten, die Flüchtlinge. Gibt es da nicht jetzt auch einen Gegentrend in Europa? Bürgermeister, die sich dagegen wehren, dass Flüchtlinge nicht aufgenommen werden. Und die Kirche, die sehr aktiv ist, spürt man das auch in Südtirol, eine Gegenbewegung gegen das, was da von Salvini kommt und was als unmenschliches Widerspruch mit der humanitären Tradition Italiens angesehen wird? Also ich glaube grundsätzlich, dass das Aufbauen eines Feindbildes ein klassisches Element der Populisten ist. Also wenn man sich Populismus, Nationalismus anschaut, auch in Vergangenheit, so dieser Versuch, einen Gegner aufzubauen, der gehört ja ganz klassisch dazu. Und wenn man zum Beispiel jetzt in der letzten Woche, vor zwei Wochen gesehen hat, also dieser Aufbau des Gegners Frankreich, nicht nur von Salvini, vor allem auch vom Movimento Cinque Stelle oder der Aufbau des Gegners Deutschland, die sozusagen die Europäische Union allein bestimmen würden. Das gehört ja ganz klassisch zum Populismus und Nationalismus und dem Spiel Salvini und im Übrigen auch Luigi Di Maio. Ich glaube, dass ein Teil des Erfolges Salvinis und seiner Regierung in Italien auch einfach in der Schwäche der Gegenbewegung ist. Und die Schwäche der Gegenbewegung liegt in der Schwäche der Parteien, die Europa freundlich und konstruktiv denken würde. Also der Partito Democratico kämpft sich seit längerer Zeit, eigentlich seit dem Abgang Matteo Renzis, um eine neue Leadership. Das heißt, die Partei liegt de facto in Trümmern. Es gibt niemanden, der die Partei wirklich führt. Und bei Forza Italia stellt sich logisch auch die Frage der Leadership. Berlusconi ist in die Jahre gekommen und die Partei hat im Grunde sich nie bemüht, einen neuen Chef aufzubauen. Man spürt das in beiden Parteien. Es gibt keine wirkliche Kraft gegen diese Position und gegen die Politik der heutigen Regierung aufzutreten. Ich denke, es wäre manchmal relativ einfach. Also man könnte diese derzeitige italienische Politik relativ schnell demaskieren. Aber es bräuchte halt auch eine politische Kraft, die das auch effizient macht. Springt da nicht jetzt die Zivilgesellschaft ein? Also die Bürgermeister zum Beispiel, die sagen, sie werden die Vorgaben aus Rom nicht ausführen, wenn Rom vorgibt. Es müssen Flüchtlinge aus der Mindestversorgung ausgenommen werden, weil die Leute dann auf der Straße sind und die Sicherheit nicht zunimmt, sondern verringert wird. Die kirchlichen Organisationen, also ein ganzes Bündel von Zivilorganisationen, die dort, wo die Politik auslässt, das aufgreifen und Widerstand leisten. Wie stark ist diese Bewegung? Ich denke, die darf man nicht überschätzen. Das sind in der Tat einige Bürgermeister. Ich spüre, wenn man in Italien unterwegs ist, der Mainstream ist derzeit bei der Regierung. Die Zustimmung ist relativ groß. Bei der Kirche passiert ja auch, bei der katholischen Kirche, die logisch in Italien historisch immer wichtig war, aber logischerweise auch sehr stark an politischer Kraft verloren hat, auch durch die Schwäche der katholischen Kirche selber. Da passiert ja auch etwas ganz Interessantes. Das heißt, Matteo Salvini kokettiert ja auch mit sehr konservativen Kirchenkreisen, indem er sich selbst als großer Katholiker ausgibt, einen Familienminister hat, der sich auch als großer Katholiker ausgibt, der übrigens ja auch Kollege bei uns im Parlament war, fast zehn Jahre lang. Er schwört mit dem Evangelium in der Hand. Aber logisch ist seine Message von einer theologischen Sicht der Kirche her überhaupt nicht vertretbar. Und da tun sich, glaube ich, selbst die hohen Stellen der katholischen Kirche manchmal sehr schwer, den eigenen Gläubigen zu sagen, Achtung, es ist halt nicht genug, wenn man Katholik ist, es ist nicht genug, ein Kreuz aufzuhängen oder auf das Evangelium zu schwören, sondern es ist halt auch ein bisschen Grundeinstellung dahinter. Und das, was derzeit passiert, hat mit katholischer Grundeinstellung oft relativ wenig zu tun. Aber dieses Problem ist ja nicht nur in Italien, das haben wir in anderen Regionen und Ländern in Europa auch erlebt. Wir haben in Europa christdemokratische Regierungschefs, Liberale, wenige sozialdemokratische, im Europa Parlament die Christdemokraten, die Liberalen, die Sozialdemokraten sind die klare Mehrheit. Warum sind sie so in der Defensive gegen Angriffe wie hier von Salvini oder Le Pen oder auch von Strache, die in einer Weise den Diskurs bestimmen, die Diskussion bestimmen, wie man sich das vor ein paar Jahren hätte nicht vorstellen können? Also ich persönlich glaube, dass wir uns, und ich erachte mich durchaus in meiner Rolle jetzt im Parlament, auch als eine konstruktive Kraft, die an dieses Europa glaubt. Aber ich glaube auch, dass man über Reformen in der Europäischen Union nachdenken muss. Also ich glaube nicht, dass alles, was derzeit ist, perfekt läuft. Aber dazu ist Politik im Übrigen auch da. Politik ist da, sich anzuschauen, was ist derzeit und wie kann ich es verbessern. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass es derzeit bei den konstruktiven Kräften an einem wirklich konstruktiven Projekt fehlt, und zwar an einem gemeinsamen Projekt. Es kommen zwar aus einzelnen Mitgliedstaaten dann immer wieder Vorschläge, wie man Dinge verbessern könnte, aber ein wirklich gemeinsames Projekt, das dann mit wirklich wichtigen Reformschritten von den großen, von den wichtigen oder von den Staats- und Regierungschefs der großen Staaten in Europa getragen würde. Das erkenne ich derzeit nicht. Und ich glaube, das wäre das, oder muss das die einzig richtige Antwort auf die destruktive Kraft sein. Man kann auf solche destruktiven Kräfte eigentlich nur mit konstruktiven Ideen antworten. Und diese konstruktiven Ideen müssen halt auch gemeinsam entwickelt werden. Es bringt ja relativ wenig, wenn der Präsident Frankreichs Ideen hat. Die werden dann von den anderen Staaten abgelehnt und dafür entwickelt man wieder ein paar neue und die werden dann von Frankreich abgelehnt. Also so läuft es ja wirklich nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen selber an den Riemen reißen und einfach sagen, es braucht jetzt schon auch gemeinsam getragene, konstruktive Vorschläge. Die Vorschläge hat es von Macron gegeben, aber der ist an die Wand gefahren. Also Deutschland hat die französischen Vorschläge blockiert, nicht ernst genommen und Macron selbst ist jetzt in Schwierigkeiten. Ist da eine historische Verantwortung auch der Deutschen, diese Situation nicht gesehen zu haben? Dass ein großes Angebot von Frankreich gekommen ist, man hat das ignoriert, Nein gesagt und jetzt ist dieses Angebot, man weiß nicht, ob das noch steht. Teilweise ja. Ich glaube, Emmanuel Macron ist ein Staatschef, ein Präsident des großen Mitgliedstaates, der seine politischen Aussagen sehr auf die Europäische Union konzentriert hat, sehr konstruktiv. Man hätte diesen konstruktiven Geist vielleicht besser auffangen müssen, indem man ihn überall sozusagen mit ein paar Brotsamen, ein paar Krümmeln noch abgespeist hat, ist man wahrscheinlich der Sache wenig dienlich gewesen. Wir versuchen ja im Übrigen auch im Parlament seit Monaten mit den Staats- und Regierungschefs zu diskutieren. Es wird einen großen Gipfel im Mai in Hermannstadt geben, mit dem Versuch, wirklich Reformschritte zu machen. Ich hoffe, dass das auch gelingt und dass man so in ein paar zentralen Punkten, zum Beispiel auch die Frage der zukünftigen Finanzierung der Europäischen Union, aus dem mehrjährigen Haushalt, das ganz entscheidend ist, was in den nächsten zehn Jahren auf europäischer Ebene passiert, dass man in diesen Fragen jetzt schon einfach einen Schritt weiterkommt und damit auch nach außen die Klarheit gibt, dass die Europäische Union lebt und dass der europäische Geist lebt. Das, glaube ich, ist gerade jetzt im Hinblick auf die Wahlen für die Bürger auch extrem wichtig. Ich möchte Sie noch fragen zur Stellung von Sebastian Kurz in diesem Konzert der Regierungschefs und Konzert auch der christdemokratischen Politiker. Klar, Sie sind in der EVP-Delegation, also Sebastian Kurz ist eine wichtige Persönlichkeit, aber steht im EVP-Lager doch für eine andere Linie als zum Beispiel Angela Merkel, für eine Linie der Öffnung nach rechts, sowohl der Öffnung gegenüber Orban Kuschinski als auch der Öffnung gegenüber den Rechtspopulisten, ist Ihnen immer wohl die Art und Weise, wie unter Kurz die EVP, die eine christdemokratische Partei ist, traditionell FPÖ-freiheitliche, Anti-Ausländer-Themen übernimmt. Und auch durchaus Anti-EU-Reflexe aufnimmt, etwa in dem Indexierung der Kinderbeihilfe, Frauen, die aus der Slowakei aus Ungarn kommen, die Kinder in Ungarn und in der Slowakei sind plötzlich weniger Kinderbeihilfe bekommen. Was ja alles ein Komplex ist, wo man das Gefühl hat, da geht das, Sebastian Kurz gibt da sehr viel nach gegenüber den Freiheitlichen und dem rechtsrechten Biotop. Ist Ihnen da immer wohl, wenn Sie das beobachten? Ja, ja, ich glaube, der österreichische Kanzler ist Kanzler einer Regierung und logischerweise gibt es in dieser Regierung verschiedene Sichtweisen. Ich glaube aber schon, was man dem Kanzler Kurz auch sehr zugutehalten muss, dass er auch sehr deutlich macht, jetzt auch in der Präsidentschaft sehr deutlich gemacht hat, dass die Europäische Union auch aus den sogenannten neuen Mitgliedstaaten besteht, die wir ja so ein bisschen abwerten, manchmal sagen, es sind die Visegrad-Staaten, als wären sie sozusagen so ein bisschen zweitrangig oder so nicht wirklich europäisch. Ich glaube, damit sollten wir ein bisschen aufhören. Da gebe ich dem Kanzler recht und sage, ich bin nicht Visegrad-Staat, aber ich bin nicht gegen die Visegrad-Staaten, sondern es gehören alle zur Europäischen Union und das Gesamtprojekt kann ja nur funktionieren, wenn die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs und die Mehrheit im Parlament auch dahintersteht. Selbstverständlich hätte man, glaube ich, in diesem Geist, sollte man auch die Frage der Indexierung der Familienbeihilfen auf europäischer Ebene diskutieren, weil es ja durchaus auch Argumente dafür gibt. Das ist ja nicht einfach so zu sagen, das ist jetzt ein anti-europäisches Projekt. Ich glaube, wir haben, wenn man zum Beispiel andere Bereiche sieht, wir haben auch in der Agrarpolitik zum Beispiel unterschiedliche Prämienzahlungen im Osten und im Westen Europas, weil wir einfach uns dessen bewusst sind, dass der Lebensstandard und auch das Durchschnittseinkommen eines Bauern in Österreich ein anderes sein muss als eines Bauern in Rumänien zum Beispiel. Also dort ist das ja nicht ohne Widerrede, auch da logischerweise gibt es Diskussionen, aber dort ist es vor Jahrzehnten inzwischen von Franz Fischler so eingeführt worden und auch akzeptiert. Also es wäre halt gut, wenn solche Dinge dann auf europäischer Ebene auch wirklich diskutiert würden und dann nicht irgendwo beim EuGH landen und dort ausjudiziert werden, weil das sich ja noch nicht zum europäischen Geist beiträgt. Gibt es in Italien solche Bemühungen? Die Kommission sagt ja, das sind Personen, die zahlen ins österreichische Steuern, die zahlen ins österreichische Sozialsystem und da kann es nicht sein, dass die Kinder von zweiter Klasse werden, nur deswegen werden die Kinder ein paar hundert Kilometer östlich von Wien leben und nicht ein paar hundert Kilometer südlich oder westlich von Wien leben. Nein, in Italien ist das eigentlich kein Thema. Das heißt, darüber gibt es eigentlich kaum, also über die Frage der Familienbeihilfen gibt es eigentlich kaum eine größere Diskussion. Ich persönlich glaube, die Reisefreiheit und die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist selbstverständlich ein Grundpfeiler, auf den die Europäische Union nicht verzichten darf, denn dann würde sie am Wesen der Union selber rütteln. Aber die Freizügigkeit und auch die Reisefreiheit darf nicht zu einem Element werden, wo man sich das beste Sozialsystem aussucht. Das kann dann auch nicht funktionieren. Und insofern ist es schon auch durchaus berechtigt, wenn man sich überlegt, okay, wie kann man auf der einen Seite die Freizügigkeit bestmöglich gewährleisten, und die brauchen wir übrigens, wenn ich das aus Südtiroler Sicht sehe, wir müssen ja heilfroh sein, wenn die Arbeitskräfte, die wir brauchen, das immer noch das große Reservoir Osteuropa und Mitteleuropa da ist, sonst müssten wir sie woanders holen, weil sie im eigenen Land nicht sind, ist ja klar. Also insofern muss man auch die Courage haben, einfach mal den Leuten zu sagen, wir brauchen diese Reisefreiheit und die Freizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit, wir brauchen das ja alles, um unsere Wirtschaftssysteme weiterzuführen. Und Panzer am Brenner, wie das ein österreichischer Minister einmal spekuliert hat, werden da nicht ganz in diesem Sinn? Die wären, wobei das wenig mit innereuropäischer Freizügigkeit zu tun gehabt hat, sondern mit der Flüchtlingsthematik, aber ich glaube, Panzer am Brenner braucht man wirklich nicht. Sie hörten ein Interview mit dem Europaabgeordneten der Südtiroler Volkspartei Herbert Dorfmann. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergrundinformationen aus Europa gibt es jede Woche im Falter. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie keine Entwicklung verpassen, dann empfehle ich ein Abonnement. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation geschaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.